Wir fahren mit unserer kleinen Reihe unbekannter Werke aufstrebender Komponisten. Wir kommen zu unserer nächsten Welt-Uraufführung, Welt-Loss. Nicht nur das, sondern auch der Komponist ist persönlich anwesend. Samy Lötschen hat extra für uns, exklusiv, das Stück geschrieben. Mit dem Titel Le Fonc des Alpes. Das ist ein Titel, mit dem mindestens drei Sprachen im Titel schon vorgekommen. Ja, ich glaube, es ist eben Multikulti. Dazu muss ich sagen, muss ich noch das Alphornom stimmen. Es ist nicht so, wie er sich das ausgelenkt hat. Also, noch? Is das gut? Is das gut? Eins, zwei, drei, vier. . 겁니다. Musik 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 Applaus Ich bin übrigens mit der zu erwarteten Tante Nächstes Woche auf Hawaii in die Ferien